Kommt zurück zu einer neuen, frisch gebügelten Folge Party Animus mit einem Mann, der sich die Falten aus der Rosette weggebügelt hat. Kreis! Äh, ich, äh, bin, aber ich bügel die mit, äh, Windenergie, ne? Ich setz mich... Aber du hast jetzt so ne Glattrosette, ne? So eine legendäre, keine Runzeln. Ja, klar. Das ist aber auch ganz... Also nimmst du so ein Doppeldeckerflugzeug, ne? An so nem... Und dann machst du schön rückwärts oben drauf gespannt und dann, äh, wird das Ding glatt, ne? Auch wegen der Höhe, wegen der Kälte. Die Leute so, dass die sagen, oh, ah, hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen, so ne Rosette ohne Falten. Ja, klar, ne? Vor allen Dingen mit Kältetherapie sieht man direkt auch, ne? Guck mal, der eine heißt nur Oi. Oi. Oi, ich bin Ihre. Und Minikong ist auch da. Ne, die machen Ei. Stimmt. Die Ihre machen Oi. Oder sind das eher die Schotten? Ich weiß nicht, wer Oi macht. Engländer, Briten, keine Ahnung. Die Schotten machen das nicht. Entweder Iren oder Schotten. Ah, der gelbe Ente hab ich direkt mal einen gegeben, weil das ist hier die Katze von eben. Die, glaub ich, kann was. Ah! Äh, äh, Elcho. Elcho boxt mir hart ins Gesicht. Ja. Boah, und da kommt sein Katzenfreund aus nem anderen Team. Oh, 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 oh. Alter. Ich bin noch am Leben. Boah, da kommt ein Fisch. Ich wurde nicht mal genockt, weißt du? Ich wurde einfach geschubst von seinem Katzen-Friend. Ich bin schon wieder genockt. Durch was? Ich weiß nicht. Vielleicht wieder irgendein Unsichtbarer unterwegs. Ne, ne, ne. Das war kein Unsichtbarer. Alter, die Katze hat nun Chakus. Vorsicht. Ich werfe ein Lachs auf die Katze. Oh nein, er ging daneben. Ah, das war nur ne Banane. Vorsicht, da liegt jetzt ne fresche Banane liegt da. Oh, es ruckelt. Es ruckelt. Was war das für ein Megaruckler? Boah, mein Lachs ging wieder daneben. Alter, beim, beim Rutschen. Boah, wo ist der hingeflogen? Der ist irgendwo rausgeflogen. Vorsicht, Bombe, Banane, da liegt alles rum. Aber es wird jetzt, die Bombe rechnet alles gleich. Die Katze ist da hinten selbst runtergefallen. Ich bin am Hustlen. Und die andere Katze? Lachs! Yeah! Alter, das war Taktik, sag ich dir. Das war dann. Ohne der Bombe hinterher geworfen. Ramse. Ramse. Der Ramseti da unten. Die guten Ramsetis. Ich esse nur noch die guten Ramsetis. Boah, was war das denn? Ich bin richtig rausgeflogen. Ich hab mich selbst rauskatapultiert. Keine Ahnung. Why? Alter! Irgendwie gefleit. Ey, selbst mit Pfanne hast du hier keine Chance, weil der einfach eine Minute braucht, um zu schlagen. Bist du tot? Ja. Lachs! Oh, der ging voll daneben. Alter, er macht sich jetzt hier mit der Pfanne einen schönen Nachmittag, du. Oh, er macht sich gerade hier so einen schönen... Alter, ist der geflogen. Hast du gerade gesehen, wie der hier geflogen ist? Wo ist er hin? Ist wieder zurück... Boah, der hat den voll richtig... Alter, der hat den richtig rausgeohlt. Auf eine andere Map wieder. Und spiel jetzt auf einmal Beat-Up-Bridge. Ja. Boah, hier, die sind Kack-Elch! Boah, ich krieg hier vorne richtig eingeschenkt und ich bin weg. Ich schmeiß ne Bombe. Ich bin weg. Jetzt deckt Alts an dir. Die sind beide auf mich drauf hier. Aber auch aus verschiedenen Teams. Oh, da vorne ist ein Döschen. Ja, aber es ist... Box ihn! Ja, er ist tot. Was demnächst ist, die Dose entschärft. Warte mal, bleib mal da hinten weg. Ich hau ne Bombe rein. Oh, da liegen Chucks. Da liegt auch ne Bombe. Vorsicht, da hinten ist ne Bombe. Immer noch ne Bombe. Bombe! Komm! Nee. Komm schon, Kongo! Kongo-Kampf! Belgisches Brustboxen hier. Jetzt holen sich alle nen Sieg. Alle wollen einmal dabei sein. Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ich wollte die Bombe holen, aber... Oh! Ramses-Ratte hier! Achtung! Hat sie gekickt? Der will sich ne Schaufel holen? Ey, ich kann die Katze nicht aufheben, weil ich irgendwie immer wieder... Nein! Nein, er will schaufelieren! Wow! Alter, ja! Ich bin jetzt in so nem Pazer-Ding. Oh, oh. Vorsicht, der wird getazert. Ja, aber hier ist ne Schaufel auf der anderen Seite. Jetzt. Oh, er hat ihn entschaufelt. Sehr gut. Ja, ich bin, glaub ich, weg. Oh, oh, oh. Alter, auf der Map, diese Waffen, das ist brutal. Wenn du erstmal eine hast und dann nur noch schleudern. Alter, der Elch kriegst du aber auch nicht raus. Jetzt ist er weg. Ja, die spielen ja ganz schön fies mit Schaufeln. Bam! Aber ich hab ihm nochmal nen feinen Lachs verpasst. Das ist meine Bombe, die da noch hängt. Einfach nochmal, um ihm Schande zu geben. Schandlachs. Da ist ne Dose. Vorsicht, da ist aber... Okay, der ist AFK hier vorne. Oh, kacke, der Schläger ist weggerutscht. Achtung! Ich krieg den nicht raus. Jetzt. Oh, ich krieg ne Clothesline hier von Captain Yoga. Hier. Ey, guck mal, ich hau den mit's Gesicht und der so... Pff, ich weiß, ich gebe. Ja, jetzt schmeiß den raus. Ich kann nicht. Es geht nicht. Ist der andere noch da? Nee, den hab ich besiegt. Nur noch er. Oh nein! Ich punch ihn. Ich hol ihn mir, Elsa. Ich bin ins Wasser gefallen. Aber ich leb noch. Ja, alles gut, alles gut. Wir waren schon... Grün ist jetzt gefährlich. Grün war die ganze Zeit gefährlich, Alter. Ja, aber jetzt haben zwei Siege. Ja, ja. Ja, hatten sie in der Runde davor... Oh, boah! Ich... Alter. 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 Ich bin weggeschmissen worden wie die Dose. Viel größeres Problem. Jö. André, Rie. Alter, die Grünen. Äh, die Grünen sind wieder aktiv, Junge. Ah, ich versuch gerade, mich so ein bisschen rauszuhalten. Nee. Ja, doch, doch. Doch, jetzt. Hab ich nämlich. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich schmeiß nochmal eine Bombe auf seinen leblosen... Oh. Er wird aber nicht gespült hier. Jetzt kommt aber eine Spülung. Jetzt kommt die Spülung. Alle haben den Sieg geholt. Ah. Affen und halt Brücken. Egal, im Wasser oder in der Höhe. Ja. Das ist ein Vorteil. Das muss man einfach sagen. Ja, also wenn ich eines Tages irgendwo an der Brücke lang gehe und ich sehe einen Affen, ich gehe weg, Alter. Jetzt sage ich dir, wie es ist. Ja, ja, klar. Ich werde die Leute warnen und sagen, Leute, ist euch eigentlich bewusst, was da vorne passiert? Geschwistern-Bauchknutscher. Oh, ich habe 200 Nemo-Bugs gekriegt. Alter, da wird der Nemo verwöhnt. Nemo-Bugs. Ich habe ein paar Nemo-Bugs in meiner Buchse versteckt. In deiner Lunge hängt auch ein bisschen Nemo-Bug, ne? Ja. Mir ist vorhin ein Stück vom Zahn abgebrochen und das ist mir gerade in den Mund geflogen. Oh, und das verrückt ist, dass wir wirklich... Der Mini-Kong und Boy. Rocketile Cat. Ach, Gator Redemption. Noch nie. Die Rache des Gators. Ich weiß nicht, sie wollen, aber ich gehe mal auf Ichiban. Ich gehe mal auf Ichiban. Wir wollen den Ichi, ne? Ja. Sie wollen die Ichibanane. Gehe mal auf Ichiban. Ich weiß aber, dass sie jetzt alle gegen uns sind, wenn da jetzt Leute wieder zusammen sind, ne? Ja, die wurden ausgetauscht gegen Coolboy. Der wahrscheinlich in 45 Jahren noch am Rechner sitzt und wartet. Coolboy, der Erzfeind. Hatte Big G nicht auch? Der hatte auch so einen Erzfeind irgendwie, der überall aufgetaucht ist und ihn... Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber manche Menschen werden einfach zur Legende durch sowas. Irgendwann werden die Leute sagen, hey, Coolboy, du bist doch der Typ aus dem Video. Und der Coolboy selbst sagt, was? Keine Ahnung, wovon reden die Leute? Vielleicht ein Hund. So ein Ichi-Dog, aber welchen... Wir hatten auch schon lange keine Dings mehr hier, ne? Hier so, äh... Hä, wo ist denn der Ichi-Hund? Da. Wir hatten auch schon lange keine Zebras mehr. Ne, Samurai hast du nicht, ne? Hab ich nicht, ne? Den blauen. Blue Ich. Der Eu ist noch drin. Und der Ramsetty, oder wie der hieß er auch? Es sind nur einige drin. Na, aber Player 7-0-Sternchen. Joker ist auch wieder da. Joker ist auch wieder afkar, ja. Oh, Alter! Der hat mir richtig aber gerade den Ichi veredelt. Ja, ich komm, glaub ich, nicht mehr zu mir, ne? Ich bin tot. Der hat mir so einen geschallert. Instant. Weg. Achtung, die sind beide sehr anti. Player, was willst du von mir? Ey, der hasst dich. Gelb hasst uns richtig. Eu und Player sind aus der anderen Runde. Nee, Player-Sternchen? Ach du, ne Bombe? Ich kann niemanden tasern. Mein Taser ist kaputt. Was ist das für ein Gerät von einer... Okay, jetzt hat's funktioniert. Toll. Du musst auf jeden Fall diesen Player-Sternchen-Mann loswerden. Ich wollte den Fun-Mann loswerden. Jetzt raus. Na, der ist noch nicht betäubt genug gewesen. Wollen wir hier ne Player-Banane gleich. Oh, die Banane hat ihn in die Pfanne reingeschleudert. Dann haut er ab, weißt du? Dann macht er seine Dropkick-Moves da. Klar. Oh, Alter! Ah, der Gelbe haut ihn selbst. Team-interne Probleme. Die Team-internen wieder. Oh Mann, lass mich doch auf die schießen! Oh Gott! Oh Mann, eine Banane kommt. Boah, die Banane wieder! Ich sag dir, Bananen sind so tödlich. Komplett underrated. Und es geht wieder los mit irgendwelchen Emojis. Und wir sind Freunde. Und zweimal Herz bedeutet gegen Kreis. Ja, zweimal Herz bedeutet gegen Blau. Aber du lebst noch. Da oben liegt ne Schaufel. Wenn du rauskommst, straight oben liegt ne Schaufel. Naja, aber er bekämpft mich ja hier. Warte, warte, warte. Ich baue ne Banane. Oh Mist. Oh nein! Oh nein! 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 Die Bombe! Okay, das ist nett. Alle hassen dich. Anstatt auf ihn oben zu werfen! Guck, hier kommen die Herzen. Dankeschön, Team. Für die Unterstützung. Ja. Gut, dass wir hier, weißt du, die Discord-Gruppen... Boah, er hat mich schon wieder. Ey! Ja, der Typ, also, treu hasst mich. Verschwindet. Ich bin echt nicht töten. Ja, ja, aber... Ich wollte hier so drumherum so ein bisschen auf den Teller klopfen, weißt du? Damit die Leute sehen, nicht hier weitermachen, ne? Ey, jetzt rettet die Katze, Joker. Rettet jetzt wirklich den Gelben. Keine Ausdauer mehr. Die alle Otter springen hier auf mich. Egal aus welcher Mannschaft. Wir haben richtig Otter-Hass. Keine Ausdauer. Achtung, Vorsicht vor dem Stahlwolf. FC Schalwolf, der ist richtig räudig unterwegs. Hab ich, ist tot. Das ist nur noch der Otter, der muss weg. Oh, der Otter hat mich gekickt. Otter hat mich. Otter schmeißt mich kilometerweit raus. Aber ich komm wieder. Mit einem extrem eleganten Sprung. Aus der Anderswelt. Der Rote. Boah. Der Otter hat mich. Mach mal hinten das Gas. Manchmal hängst du halt so scheiße, ne? Dann machst du auch nichts mehr. Ne, dann machst du ja nichts mehr. Oh, ich krieg Nackenklatscher. Oh, das war ein fieser. Das war ein serbischer. Ne, der kannste nichts machen. Boah. Oh, ich wurde auch serbisch. Ich schmeiß mal ne Banane rein. Alter, der Otter hat die einfach ab. Die ist einfach am Otter abgeprallt. Ja, weil er ne Fettschicht hat. Einen alten Fettfungus, ey. Aber jetzt ist Team Rot gegen... Aber der Otter ist... Ja, aber der Otter ist Highskill. Ich glaub, beide Roten sind tot. Alter, der Otter. Guck, der lebt immer noch, obwohl alles zugegast ist. Das interessiert den nicht. It's a redemption. Wo die Schaufel. All on yellow. Wo die Schaufel. Ey, die steckt da ziemlich schlecht drin. Kriegt man da ganz schwer raus. Ey, was hat mich getroffen? Ach, der ist ein unsichtbarer. Der andere Gelb ist unsichtbar. Äh, wieso hab ich jetzt meine Schaufel verloren? Hä? Bleib hier die Schaufel. Ich rette die Schaufel. Protected sie. Achtung, Achtung bei mir. Boah, macht der Würfe. Aber ich komm nochmal wieder. Das sind Chucks. Das sind Chucks. Ich hab die Chucks. Ori ist raus. Neue Technik. Na, da kam ein Fisch. Oh, das... Naja, jetzt kommt der Otter und kassiert ab. Ah, ich lieg im Dampf. Das war's. Oh, ich leb... Ne, ich leb nicht mehr. Jetzt liegt alles bei dir, Bruder. Boah, Alter, den... Den anderen Otter hab ich aber ein bisschen in die anders Welt geschlagen, Junge. Der ist... Vorsicht, der macht fiese Sprung-Kicks. Oh, die Slipper-Banane. Slipper-Nano. Der eine ist tot, sein Maid ist gestorben. Ja, ja. Und jetzt Controlling. Ausdauerrecken. Alter, was hast du für Genickbruch-Moves hier? Weiß ich nicht, aber... Ich hab gewonnen. Ich hab ne Bombe rein in ihn. Oh, oh, oh. Mir geht's total gut. Ich bin mit dieser Schaufel im Kopf geboren worden. Um liegt ne Pfanne. Wir machen einen Fun-Run. Junge. Ah, so, ihr kriegt alle, ihr kriegt alle. Gelb hat mich raus. Controlling, Gelb. Ich verteidige dich. Boah, ich bin geeist. Ja, nice. Warte, ich hole den nächsten Ort heraus. Na, der Hai. Oh, ne, ich kam nicht hoch. Und da kam noch Eis runtergeregnet. Ja, hier regnet's Eis. Was geht hier ab? Jetzt liegt alles an dir, junger Ichibanana. Boah. Oh, ein Team interne Probleme. Er hat ne Pfanne. Team interne Probleme. Da hinten liegt ein Schläger auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du den sichern. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Ausdauer ist leer. Da liegt ne Dose. Nimm die Dose. Oh, Pfannenschlag. Bombe liegt hier. Achtung, der gierige Ott. Unsichtbarkeitsdrang, aber er wird auch geholt. Obwohl. Gen Visible. Schnapp dir die Bombe. Das war der Plan. Oh, du hast die genockt. Naja, so halb. Achtung, weg von der Bombe, weg. Alter. Da hinten liegen viele Bomben. Klassisch mit Sprenkpfanne. Ja. Da hinten liegt noch ne Pfanne, ne? Ja, gut. Der Heil müsste tot sein. Nur noch die Katze. So, Jens. Der lebt noch. Der ist voll im Dampf. Oben in der Mitte ist keiner, glaube ich. Oben in der Mitte ist Gas frei. Achtung, Vorsicht, ein bisschen Gas. Oben in der Mitte. Ganz oben in der Mitte stehen bleiben. Ja. Ich gehe hier hin. Ich habe das gewonnen. Oh! Nee. Alter, du bist aus dem Ichiban. Alter, okay. Der war schon vor tot. Uh, Alter. Hat mir gegeben. Alter, der Otter. Der hat richtig Otterzorn. Der hat jetzt richtig Otterzorn. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich brauche den Lolli leider für eine Mission. Sorry, Bro. Hau, den Otter kaputt. Der will mich unbedingt. No. Rio hat sich hier Dings geholt. Kann ich sehen. Kamera. Boah, Alter. Er hat dir so einen Schuriopen gegeben. Er hat mir irgendwie so einen Abercut gegeben. So eine andere Otterfaust. Der eine Hund klettert hoch. Ich höre mich raus jetzt. Oh, Schaufel. Hit. Oh, Gott. Ich hab dich. Ha, ha, Otter. Der will uns unbedingt. Na ja, gut. Wir sind jetzt mit zwei Kronen natürlich. Boah, ich bin genockt. Du musst mir helfen. Das war alles, was ich spontan tun konnte vor dem Schlag der Bewusstlosigkeit. Er legt eine Schaufel. Oh, Lolli. Kampf. Was war das? Er hat mich irgendwie genockt. Ich hab ihn aber auch genockt. Ich bin wieder genockt. Achtung, Mr. Lollolek. Mr. Lollolek ist voll, Alter. Er stellt Creme Brüh Lelelele bereit. Er macht den Creme Brüh Lelelele. Die Ecke hier ist voller Lelele. Creme Brüh Lelele. Raus. Achtung, Bombe. Die Bombe hat mich ins Gas gepresst Yes, weg mit dem Otter Ja, hab ich richtig weit geworfen Ja, der ist jetzt tot, der lag die ganze Zeit draußen Ich hab keine Ausdauer, ich muss erst racken Ja, jetzt weg mit ihm, Ronald, Ausdauer Rackt hab ich ihn Haben wir das nochmal gerissen? Ja, aber voll Alter, wir haben 30 in Folge, oder no? Ist nicht schlecht Also mit der letzten Episode haben wir 7 Siege, glaube ich, jetzt in Folge Ja, das letzte Match, wird's ein 8 Siege in Folge Eui hat auf jeden Fall aufgegeben Der bewegt sich nicht mehr Haben wir mental gebrochen Er hat gesagt, ich mach nicht mehr mit Er meldet gerade wahrscheinlich Alter, nice Eui, was hat der für ein Level? Weiß ich nicht 85, 85er Eui Obwohl, ist jetzt auch nicht viel weiter als wir, ne? Ups, jetzt hab ich irgendwie Friend Request gesendet An den Player 700 Oh Gott, nein, jetzt will er dein Freund sein Oh nein, endlich Kies will mein Freund sein Mom, Mom Ich geh in den Winter Ich geh in den Winter Ich sag dir, es wird nochmal Also wenn's jetzt noch ne Winter Redemption gibt Dann hätten wir Es wird nochmal ne Redemption, glaube ich Ich hab's irgendwie im Gefühl Alle werden sich erinnern 2023 Acht Siege hinteinander Acht Siege in Folge Was machen die beiden heute Der eine Ist in der Abfallentsorgung tätig Der ist der Abfall Der eine ist Abfall Der andere ist in der Entsorgung tätig Was nimmt man denn? Wir hatten eigentlich immer mit den Milky Bears ganz gut luck, ne? Ja Ja Zebras hatten wir aber auch schon lange nicht mehr Wo ist denn der Bär? Abz hinten müsst ihr sein Ja Da haben wir immer die Milchbären gemacht Das Milchbären-Duo Das Milchbären-Ballett, ne? Naja Das Milchballett Alter, ich hab den Spieler so weit rausgeballert Ob der nochmal wiederkommt? Ja, kommt der leider Aber es war ein krasser Move Ich hab den Bären ein bisschen vorgefeuert hier Ich verteidige ja gerade ne Bombe Gummische Haie Geht hier für ein weirder Kram ab Boah, hab ich eben gerade ne Faust bekommen So ein weirder Hai-Scheiß Ja, hier ist irgendwie auch der lila Launebär Boah, der hat mich hier Bin ich tot? Ne, Gott sei Dank Achtung, hier ist so ein Hot Hai So ein heißer Hai und ein heißer Bär hier Black Bear Meine Pfanne funktioniert irgendwie gar nicht richtig Die Pfanne kostet echt viel Ausdauer Alter Die sind da hinten nochmal wiedergekommen Die zwei Die sind beide Yellows Achtung zur anderen Seite Weil hier wird das Eis schlechter Aber hier drüben Er hat mich hier rüber geworfen Vorsicht Aha, eine Bombe regelt Boah, er hat sich mal nachgesprengt Bombe regelt Ist es die Legende? Ja, es ist die Legende Wo, irgendwie lebt noch einer? Komm, wir machen das Holz weg Oh Gott, was war das? Alter, ich bin mega krank eigentlich Ich bin eigentlich, bin ich mega krank Eigentlich dürfte ich gar nicht Spaß haben Aber es ist das Einzige, was mich am Leben hält Sind Videospiele Das hat dir eigentlich verboten Spaß zu haben, ne? Ja, ja Alter, das Schwein hab ich da hinten richtig aufgespießt Kennst du das manchmal, wenn du so hustest Und dann so Lichtpunkte im Augenwinkel kriegst? Ja, weil der Edelchen im Hirn platzen Alter, hab ich ja Leute rausgepfeffert Einen richtigen Pfeffermürger Vorsicht Achtung, Uri ist unsichtbar Der unsichtbare Uri Schmeißt die Bombe zum Hai rüber Boah Ich bin genockt Achtung, hier ist irgendwo noch ein unsichtbarer Uri Wir haben einen... Ey, 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 Junge Ja, komm Fisch, heute Abend gibt's Fisch Ja Raus mit den Viechern Achtung Achtung Geht er weg Bin weg Oh Der Hai kriegt auf jeden Fall eine dicke Bombe Der Hai dürfte eigentlich nicht mehr leben Ja, Uri ist auch so gut wie weg Na, er hat's nochmal geschafft Er hat ja keine Ausdauer Mist Önkarra-Schmalz Uff, was geht dir ab? Ich weiß nicht Ich hab Porky da hinten gesprengt Aber der kommt zurück zum Feuer Oh, bin genockt Oh, ich bin ne Banane hier Auf ne Banane gerutscht Ne, ich komm nicht zurück Ich kam Ich lag irgendwie auf dem Rücken Achtung, Bombe Na, das ist Schmein weg Das ist, glaub ich, weg Ja, aber es ist Sommerzeit, ne? Hm Das Schwein hat noch Zeit Da oben liegt ne Bombe Ich kann ihn nicht punchen Das gibt's doch nicht Ich meine, es ist wieder hier Oh, oh, ich steck in die Bombe Oh, hat das Schwein erwischt Na, ich lieg zu weit draußen Nein Ich lag auf der falschen Seite des Hügels Ah, Uri Er will unsere Legende vernichten Uri sagt No Legend time today No Legend time today No Legend Du früh Gefreut Ihr zwei Ja, ich meiste es da runter Irgendwas habe ich hinten Leicht gebombt Aber der war leider nicht so effektiv Uri hat Chucks Oh, ich hasse diesen Uri Ich habe Schwein rausgeballert Also es ist eine Schwein Oh, die Chucks Oh nein Oh nein Oh nein Oh Oh, der Sommer Endlich Der kleine jugendliche Sommer In dem ich lebte Ey, Uri hat ja immer noch die Chucks Ich habe Uri die Chucks genommen Ah Mist Wer ist da gefroren Ich habe keine Ausdauer Ich habe ein Schwein Ich habe die Chucks Schwein ist draußen Ist egal, keine Rücksicht Wir sind beide gegen ihn Prügel seine Ja Prügel seine fiese Fresse In das Feuer Rein Rein mit ihm Dumme Sau 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 Ja Da war Hass Da war Hass im Spiel Ach, da ist Uri und der Oh, ich wurde aufs Eis gesprengt Ich bin tot Echt das Obwohl Nee Der kam mir entgegen Mist Wenn der eine jetzt nicht in mich reingefallen Hätte ich mich noch reingerollt Vorsicht für Uri Der ist Ja, Uri Der ist richtig hot gerade Ah, wer immer diese Bombe geworfen hat Hat mich getötet Ich Ich war das Ja, schön Das war random Bombe Am Anfang der Runde schmeißt man eine Bombe Oh, ich konnte meine Bombe nicht wegwerfen Oh Das bin ich raus Das waren zu viele Bomben Das war zu viel Bombo Oh, Lobombo, Lobombo Alter, boah Wie leid Ich konnte nicht mal anzapfen Moonwalk Moon geworkt Meist ist viel raus Ja, aber der kommt ja wieder Es ist ja gerade Sommerzeit wieder Achtung, Bombe Der Bananenkönig Ihr seid doch beides Schweine Warum hasst ihr euch? Wenn du einen hassen musst, dann Puri Aus dem Blindmacher Forest Der Blind Forest Ey, ist das nicht der von hier? Robin Hood Ne, der hat Schamhaar Forest Alter, der Aff hatte mega Glück Hallo Hallo Ich kann nichts machen Ich fliege irgendwie rückwärts Und jetzt auf Oh nein, Bombe Oh, ich habe mich verkeilt Geil Ich glaube, Uri ist weg Jetzt muss es ausrambolen mit den Schweinen Oh, Banane Naja Das ist eine Schwein rutscht auch schon auf der Banane Jetzt, schnell raus Aber ging nicht Der hat mich abgelenkt Denk an deine Ausdauer Ich habe keine Achtung, ist wirklich wieder kalt Naja Jetzt raus mit dem Vieh Denk an die Legende Denk an die Legende Aber er kommt wieder rein Alter Ich werde eine klärende Freundschaftsbombe reinjagen Oh, ich habe eine klärende Freundschaftsfaust gekriegt Aber guck mal Beide wollen mich Ne, da kommen die Da kommen die nicht mehr rein Da kommen die nicht mehr rein Da kommen die nicht mehr rein Nicht was von der Glut Der dänische Glutenspucker Achtung, ich habe wieder Bomben hier Äh, nicht hier auf den Alter, der Hund What's the problem? Uri macht Electroficients, Alter Hier grillt einer ein Hai Das Schwein grillt ein Hai Achtung, Random Bombe Nicht zu mir, oh Gott Aber Uri hat seine Waffe verloren Ihr hat ja so oder so schon verloren Ich habe noch getasert Boah, dieser Blaue will mich unbedingt Boah Vorsicht, hier riecht es irgendwie nach brennenden Milchbären Oah, der Hund, der gibt mir so einen Twist-Kick Boah, ich bin tot Was? Wie schnell war ich da eingefroren? Du hast Uri irgendwie mitgenommen Uri habe ich mitgenommen In die Anderswelt Oh nein Es hat nur noch drei Oh nice Ach, dieser Blaue Hund ist sehr hasserfüllt Ja Dieser Blaue Hund ist sehr hasserfüllt Hier so eine Anderswelt-Bombe Das klang aber nach einer Verletzung da drüben Der eine ist weg, ja Dann habe ich weggesprengt Ha Ja Und jetzt raus Boomerang, Alter Boomerang Die Legende Das ist die Legende von acht Siegen Besiegelt mit dem Boomerang Ich setze mich ans Feuer Hör ich da draußen Irgendwie der Oinuchenchor Der Oinuchenchor Reutlingen-West, Alter Der Ja, die Legende ist wahr Das hier sind einfach die Party-Animeler Ja Ach, sie gehen in Folge, Hardcore Keiner ist eine Militrein-Partys Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Bewerten, kommentieren und Nun害ut Weiterein-Party im Interview 84 6 ?